Graupner hat natürlich dann auch im Laufe seiner Erfahrung und seines Lebensablaufes Techniken ausprobiert und versucht auch Malgeheimnisse wieder zu entdecken für sich. Meine Bilder müsste man eigentlich mitatmen, denn es ist ein Raum, den ich versuche zu schaffen. Also muss man sich in den Raum atmen können, muss man sich hineinatmen. Und wenn ich diese Sprache verstehe, dann weiß ich auch, was das Bild bringt und was Malerei ist, meine ich. Abstraktion ist immer was Tolles, weil das ist eine seelische Qualität auch und die können Sie nicht auf einen Wortpunkt bringen. Das waren ja für die Allgemeinheit, gerade beim Gotthard, Bilder, wo nichts drauf ist. Eine Farbe. Und das war zu dem Zeitpunkt ja auch eine Tat. Das gab es vorher nicht. Ich wusste, dass ich darauf antworten muss. Das Bild fragt ja auch, nicht nur Sie. Und die Fragen sind mir noch wichtiger. Entschuldigung. Ich wusste, dass ich dann nicht mehr so gerne. Ich wusste, dass ich mich. Ich wusste, dass ich mich. Ich wusste, dass ich mich. Und das ist möglich. Und das ist, dieser für uns. Und das ist wahr, dass ich mich. Das ist eigentlich alles, wenn man gut überführt, Und das ist ein paar Geräuschen. Untertitelung des ZDF, 2020